Hallo, willkommen hier nach Ströckland, Manitoba. Von der aus August, der 9.2022. Ich will von der Maltzeit merken, dass das vielleicht etwas fremdet für viele. Pizza, das kann ich vielleicht alle, aber das einzige Name, die das an Fleischbraut. Aber wir wollen ein bisschen anders machen. Wir wollen da märken ein Stück mit Baccholzahn, Salsa und Ewa, Tomodosauce, wo wir da mit Ströckland und Schmahnfatt machen. Das schmeckt sehr schön, ich kann das vielleicht nicht oben. Wir haben das geholt, aber es schmeckt sehr schön. Ich wollte uns zeigen, was wir in Dich haben für eine Pizza. Das ist ein original Pizzadich. Wenn wir drei checken und wir lesen, fünf saßen, dass wir drei verheißen. Dann haben die Ägypter und die Räumer, die haben alle, was sie namen, flatbräder oder platet Brot gebacken und dann haben sie da, was sie haben gehaut. Du hast in den Garten, du hast das platet Brot gebacken und du hast noch die Häusen ab und dann haben sie das gegeten. Und nun hier, die Italianos, die Italians, die haben da noch alle Sachen andere scheine tun ab. Das ist das Baccholzahn, Salsa und Tomodosauce. Und das verschiedenste, die haben sie ausgefangen, das sind 17-1800. Und du hast mal die Königin und die Königin, die sind in Italien gekommen, von Franzhausenland, Franz, Franzja. Und die haben wir ätten an den Augen, so dass die Frau, die Räumer und Stommelöse war, dass wir 100 Millionen von Franzhausen haben. Und dann haben die Italiener einen grügelig sehr schönen Pizza gebacken. Dort haben sie so grügelig sehr viel geregnet. Und nun her ist das nach Paris-States gekommen und in Amerika die Pizza sind die verschiedenste worden gemerkt. Aber immer haben, nun will ich das auch gemerkt, aber ich will das mal mit Wittes Schmolz gemerkt. So, ich hoffe, die gleichen dort. Und immer haben nun nach dem Wiese, wo ich hier sitze, bei Ströckland, wo ich vor neben mir dran bin, sind hier sehr grügelig sehr viel geregnet. So, nun wird das von der anderen, dass ich keine Ferien checken, dann kann ich sagen, wo ich hier sitze. Okay, dann werden wir uns hier nun mal ein bisschen den Wölf hier besuchen. So, ja, sehr schmacken grügelig ist das hier. Beim Laden schmacken grügelig, sogar all die Butterlees. All das grügelig, was hier sein kann, das sind alles, was an einem Butterlees. Ja, und oba. hat von der anderen Säger, Säger scheine Däuer gehaut, hier schmiert es schräglich nöt. Aber viele Städten immer Schwammung gegebt und das sagst du dir, vor mir würde ich kein Ackern, oba dann randet der Busig auf und dreht alle wegen. Wir haben noch könnte mir schon alle Ackern und dass die Staaten sind alle wegen, bloß Säger, Säger Schmack. Und hier auch, die Barsch, die Welt hier, die hat von Lownig so Schmack gelotten, aus der Däuerde. Und, äh, Säger und Däuergräute beim Angebrechen, wir haben hier immer ein bisschen Stärm gehaut. Und, äh, das darf dir am Brennholz, zu Teil seiner Säger, der erste, krägst du an der Lichter noch, den wollen wir uns eigentlich auch noch aufsägen und nachschlafen. Aber, immerhin, äh, es hier Säger, Säger scheinen, Säger woher, der flakweizen die haben hier noch Fouthalware gehaft. Das ist ein zweitemollz, das geiradet, das die Quarame das so schraubt. Das hier ist Ein-Toal, das hier ist ein bisschen dunkler, das wird so ein bisschen sein, und, äh, Säger scheinen, Axt-Tier. Das war's am Morgen, da war's ein bisschen umdrehen, da war's ein bisschen drehen und da war's ein bisschen von Böden machen. Wohooo, da stück es hier hin, da sind gelackt wie vor den Fuhrt. Boah, da kann ich nicht alle zu Böden machen. Sehr, sehr schmack. Das war's am zweiten Mal, da war's weiter direkt da. Bis hier in sein, kann ich nicht, wo man die andere machen. Jetzt hat er alle von Böden machen. Check ihn mal da. Hohooo, das ist euer Schein. Das ist euer Schein hier. Ich hoffe, wo du, wo das fehlt, du kriegst auch noch Regen. Und wir lühren den Böden dazu nicht Regen, das ist weg. Und vor dem Mai, wo die Böden hier waren, waren alle Hörn abgeräumt. Und Frieda solltl waren Regen, so da war's ein bisschen was er weißen. Und wir sind sehr froh, sehr mutig und sehr dankbar. Gott weiß, was er da hat. Er schickt uns, was uns fehlt und nichts, was wir immer wollen. Und er ist nicht mal, war er ein bisschen knopig. Und er ist nicht mal, war er ein bisschen zufrieden. Und er ist nicht mal, wo er strömgründer hier ist. Hier bei Ströckland. Los Sägerfen, wir haben hier ein Ford. Er kam hier noch an, wo ich auch vor. Schäuering söker an, da war wir hier ein Ford. Check ihn mal da. Wohooo! Die Schäuering, die sind immer so schmack. Die, die, die wollen wir vorher den Pizza dicht errieren. Die wollen es von der auch errieren. Und dann wollen wir den über Nacht im E-Shop gesessen haben. Einstmal war so ein Pizzadee übernacht. Die läuft in Landräven, und das Eisowol schmackt denn noch schöner. So, das ist, was wir wollen da haben. In der Oberammerhaen, da sind hier Zäuerstrom. Die waren vielleicht meistens, ich weiß nicht, wo ich eigentlich vorher in der Oberammerhaen. Das ist aber meistens praktisch. Wohooo! Und so war er wohl eingeladen, wo wir fahren mit Spazieren. Aber ja, das ist hier sehr schön. Wo ich hier nach Wiesen habe, alle Knappels, wo die Kartoffel geslappt. Wir können versäen für den Winterherden. Wir reden von der sehr, sehr kalle Winter. Jetzt kann ich die Knappels so sein. Das war wieder alle versäen. Die werden in der Früh nach aller Späule und nach Neff hier. Und da läuft es schnee und was auch immer. Ja, jetzt schau mal. Wohooo! Das ist auch alles. Jetzt gehen wir wieder hier. Ja, schau mal. Das ist sehr schön, ich würde mit kleineren Menschen, dass das besser sein kann. Sitz mal. Ströckland Maritoba. Welkommen hier. In der Oberammerhaen, hier bei Ströckland, wurde ein Zäuerstrom. Das ist ein Zäuerkland, nur bei Schauern, wenn es nicht Heller ist. Achtsfall warst du, wenn es ja noch zu verrückt ist. Ich bin hier in der Oberammerhaen, sondern ist die Zäuerkland. Das ist die Zäuerkland. Das ist ein Zäuerkland, wenn es nicht mehrius ist. Ich habe jetzt einen Zäuerkland, was sie gerückt. Morgens, Buenos Dias, Buongiori! Wer weiß nicht was noch alles. Wir haben von dem August 10, 2022 Von dem wir eine Strokeland Pizza haben mit Strokeland Schmaumfart. Und nun war es das erste, das bei Hausmanns war. Wir waren die erste, die dich an den E-Shop drogen, weil wir nicht mit den Morgens mehr haben, und dann lassen sie dich hier, dort und dort, woher sie dann gehen wollen, dazu siehst du dich mit, und dann werden wir auf den Baken. Immerhin, dass sie dann sagen, was du magst, macht dich dich. Und das ist sehr einfach. Und das ist gleich so wichtig, welche Merkworte aus was du magst. So, du kannst dir wissen, wo du magst, oder wo du echt sagst, oder wenn du dich nicht sagst, dann weißt du, wo du gehst, wo du gehst, wo du gehst. Und du kannst dir sagen, was du sagst, was du sagst. Machen die doch einmal hofning, oder? Okay, da werde ich dir wissen, was wir hier alles haben, von den Saar-Sarten, vom Pizzadich Merken, das Original-Saisen von Italien. Original Pizzadough, from Italy. Hier haben wir ein 1-3-Köffel warm water. 1 1 1 3 cup warm water. Hier haben 2 1 vierte水. 2 1⁄4-Trun versach wo. 2 1⁄4-Trun sprays wo. Hier haben wir ein 1 8- sleeper Settoppel sake. 1 Tablespoon transfer. Hier haben wir 2 1 1 1 Prim Ins gases auf Wallen. 2 1⁄2 Tablespoon Olive Oil und hier haben wir ein 8 Lepel Salz, 1 Tablespoon Salt und hier haben wir drei Küffel Wettet Mehl, 3 Cups All-Purpose Flour. Nun werden wir das erinnern. Okay, ganz wichtig, was wir tun ist, da wo wir hier, dann kommt den mit, wo der neugierig ist. Du hast es dort. Und dann da wo die Socke hinein. Die Socke, die ich halb dort, äh, hev, äh, abbaken und gehen mit. So, da wird ein bisschen amirieren, wo die Socke, som wir ja für die Flas. Und dann da wo die Hev hinein. Und dann den Fein der hier. Und dann wo die Champagne der hier gerät, da wo die in ca. 10-15 Minuten. Dann wo die, dann wo die Fein zu schümmen. Dann wissen wir, dass die Hevde ist lebendig. Und dann verlor wir mit Wiesen wieder. Na, Joran. Die Hevde ist sehr fängig geworden. Das ist nun sehr geschümmt. Ich weiß hier, dass die Hevde ist. Dann wissen wir, dass die Hevde ist oft. Dann wird hier, dann kommt er. Und dann wird ein bisschen Mehl nähen. Nicht zu viel auf einmal. Und da wo das ist. Da ist die Hevde ist, wo das ein bisschen schmaterig ist. Vielleicht noch ein bisschen mehr warmes Butter zu nähen. So, dann gibt es mehr Mehl. Das ist ein bisschen Fein der hier. Und dann wird es schmater essen. Dann wird es für ein Stück. Ich bekomme ich fünf Minuten einsetzen. Wenn wir jetzt da ein Stück. Dann gibt es etwas da. Fahrstück, das habe ich nicht. Das ist das ganze Mehl. Und dann noch ein bisschen. Dann wird es auch ein bisschen schmateres Marget. Ein bisschen Spannkupendee. Jetzt wird es fünf Minuten��setteln. Und jetzt wird es wieder fertig. Ok, nun habt ihr das hier ungefähr 15 Minuten gesäten und nun können wir das Salat machen. Das Salat soll aber immer unterweichen, das Salat in die Hälfte halten. Weil nun haben wir das ganze Hälfte gesäten und dann haben wir das Schmutz gemacht, das Olive Oil. Und dann haben wir das Wäschchen hier, mit dem Schmutz und Salz. Und dann haben wir hier eine Mälte Bitterkärne. Und dann haben wir das hier und das hier. Und dann haben wir das hier. Und nun ist es Zeit. Wohooo! Dort, wenn es die Hänge schwehen. Einmal ein bisschen mehr Mehl und ein bisschen mehr Mehl. Und dann rühren und rühren und schneiden. Und wenn wir die Fenner durch haben. Woher kann die Bisse, wo wir jetzt sind, wo wir jetzt durch sind. Nun fangen wir an und schmacken durch zu geben. Das Wut haben wir hier alle machen können. Einmal ein bisschen mehr Mehl, vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger aus der Koffel. Und dann wird es fehlt. Und wenn wir die Hänge schweigen. Und wenn wir die Hänge schweigen. Und wenn wir die Hänge schweigen. Und dann schneiden. Und dann äh. Und dann äh. Und nun werden wir den Fensterk 10. Wird 15 Minuten schneiden. Wird dort ein sehr gläuter Feine. Feiner Dich gehabt. Und dann schneiden wir den. Und dann auch nicht. Und dann werden wir den. Deg für 10-12 Minuten geknett, ein schmackes Bit Deg. Nu werden wir den entweder mit Plastik bedocken, und dann werden wir den ein paar Stunden gingen lassen, weil der sich verdoppelt hat. Und wenn wir nichts in Plastik haben, was wir nicht so gut haben, dann nehmen wir ein Handduch, sprach Dr. Ewa, das war die meisten Menschen da, wenn wir ein Handduch haben, und wir haben hier ein. Da haben wir die Ewa auch noch. Nu werden wir ein warmes haben, weil die sich verdoppelt haben, und dann von da wieder. So, nun haben wir die Deg drösten herumgegangen, und die Meier ausdoppelt geworden. Oh ja! Nu werden wir den Deg durchschnitten, und dann werden wir die Feierstärker vermerken, das wird dann Feierpizzas geben. Und die können die Deg anfrieren. Nun her kann ich den Pizzamärken, wo ich werde. Okay, und ich kenne den. Oh, das kann ich nicht. Nu werden wir den Feierbieter merken, und da werden wir da und da werden wir da ruhig ein bisschen. Das kann ich so. Dann werden wir da feiergeraute, hollige Geräute, Tröber abgesmeerten. Seht mal. Und das wird dann nur hier an die Pizzas geben. Sei ihr Faner, die ich esst, da würdet ihr einfach noch mehr mit dem Raum spielen. Einmal an. Du hast da nur große, äh, große Teubackes. Und dann, äh, werden wir die ein Kleebästchen anmehlen. Hier ist ein bisschen anmehlen, die Start-up der Plut. Wir haben ein, dann werden wir den Teubacken platterecken. Die Kräfte starten. Hier ist das. Und dann werden wir da Heimöl looten, wenn wir da ein paar Leute looten gehen, aber auch so. Und dann, äh, und dann, äh, und dann, äh, und dann haben wir die Pizza-Majakken. Das war. Wir waren nun waragungen. Krakze. Wir waren die ungespräden. Und dann, äh, und dann, äh, und dann, äh, und dann, äh, das hier wird 12 von der Bärns, und dann, äh, die waren nicht für'sraktlich, so äh, Krakze Start. Und dann, äh, 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 und, äh, und dann, äh, hier haben wir Jalapenos, mit keinem alles taubter, und dann, äh, und dann, äh, hier haben wir, äh, salami. Ich legge noch ein bisschen salami napp, das ist die gewöhnliche Garten Pizza-Napp daun. Hier haben wir greine Peppershouten, das, äh, bell peppers, Schiele Moron verde. Hier haben wir, äh, pilske, mushrooms, als die lägne nicht, dann, äh, und dann, äh, und dann, äh, äh, und hier haben wir noch, äh, raude Peppershouten, bell peppers, Schiele Moron rochel, und hier haben, äh, 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 oder Schinkefleisch, und hier haben wir dann, äh, äh, Mozzarella-Käuse, und die anderen Käuse legen, die du dauerst. Und wo das noch will sein, äh, 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 Hühnerfleischhaar von Hohensbroden, oder, wotammer, da du ja leber Hühnerfleischbrücken, so schmeckt auch ZOIEA scheinen, aber, weil ihr will ein frasch-eter Hühnerfleisch, das äh, äh, Backfleisch, Chicken breast, das ihr Schorbroden, dann wird er wieder geschnied und dort am Pizzanод schmeckt grünlich scheinen. So, nu wähl wir Pizzamirken. Okay, da wähl wir mit dich spielen, hier haben wir einen Einwied dich, Das ist eine feine Duhl-Panschen mit Duhl-Dräken. Das war ein schmackes Bollchen. Hier brauchen wir einen Rahlhalt. Das ist ein bisschen gespielt. Dann fangen wir an, ihn mit Uterraken. Dann immer ein bisschen steht in der Kont. Und nicht ganz zu Ewa. Wir wollen hier ein bisschen in der Kont luten. Und nun, wo wir hier mit Spielen, dann immer ein bisschen sitzt, immer ein bisschen rein. Wir haben ein bisschen mehr Ewa. Und dann steht, was wir Ihnen nicht so gut haben, als wir Ihnen wollen. Ich wollte wissen. Das ist ein bisschen gespielt. Aber dort wird es schaffen. Immer haben wir ein bisschen gewissen, wenn wir die Spatoren sehen. Ich weiß ja, Gott, ich brüge Duhl. Und ich dachte, ich wollte immer mehr in den Rahlhalt. Hier ist meine Großmami in den Rahlhalt. Ich weiß, die Menschen, die alle Tage Pizza machen, die brüge nicht in den Rahlhalt. Aber wir wollen von dir auch. Wir wollen hier nicht noch mehr noch überproben. Teraken und Straken und Dräken und Specken. Klar. Nun haben wir den so großartig, wie wir wollen. Und dann werden wir dort Schmumpf hat und abschmieren. Und dann haben wir dort ewig dann ab. Huuu. Das ist wirklich das Wort von der scheinen Pizza hier. Ich weiß, wenn man den schmacken wird, das ist, was wir ihn wollen. Na, Joran, esse ich das dann so weit. Hier haben wir, was wir nennen haben, der Pizza Blut. Wir haben das gleiche Steig. Wir wollen dort ein Klippetchen bespringen. Das wollen wir hier nicht umbacken. Und dann nehmen wir den Pizza und schlagen den dann ab. Du hast es dort. Du hast es dort. Du hast es dort. Huuu. Ja, das wird von dir auf einer Pizza geben. Immerhin. Und dann sagen wir, dass das keine Leiche sind. Dann stritzt das Schmumpf durch. Immerhin. Und dann nehmen wir das Struckland Schmumpf. Das soll ja auf einer Decke. Dann macht ihr von einem Meerdorf an. Und dann fangen wir an, rüber zu schmieren. Jetzt entsteht so ein Tomatoshas. Ich glaube, die werden nicht hunderschrecklich dicke Schicht werden. Dann, ja, auf das Brocken. Und, äh, Brocken, dort haben wir wenig zu frühstücken. Immer haben, das liegt woher Taueregen. Der Klipp ist, was wir sehen. Dort sind ein Spark und Pilzchen. Das wird auch, du magst, auch die, äh, Schmumpfart merken. So, ja. Nu wird das ganz bemassen. Das ist das. Und dann, äh. Und dann, äh. Wir haben die andere, die andere hier alle ab. Wir können wissen, was das ist. Weil da nicht alle fertig ist. Das wird Säure. Schmuggluten. Nächste, was wir da haben. Wir haben den Oven hier abgehäbt. Bei 500 Grun. Und hier ist die Pizza. Wo wir bloß haben Schmuggl und Schmuggfarten abgeschmiert. Wo wir den hier schneiden. Dann steckt, äh. 3 Minuten, 4 Minuten. Und da, wo wir das immer wieder ab. Dann gefft das nicht so leicht. So ein, äh. So ein, äh. So ein, äh. Dann dreier wir 4 Minuten ab. Dann checken. Oh, checken mal das. Fangen wir die Kalle anbieter ab. Und, äh. Und, äh. Nu wird wir guter, was wir tun ab. Naja. Nu wird wir alles gereinigt und schlechtern ab. Und dann wird den Baken. Naja. Dann wird den Töse hier nun ab. Und dann wird den Baken. In Oven haben wir natürlich dritten auf 500 Grun. Die kann noch ein bisschen raufdrehen und die will. Und hier wird ein bisschen länger. Nu, äh. Ich, äh. Ich, äh. Klippe die Kalle auf einmal. Und dann noch her. Da fläte ich noch ein bisschen mehr ab. Das war noch so viel. Aber nun checken wir mal. Huh. Das wurde auch sehr. Schöner Pizza geben von dir. Strockland Pizza. Nu werden wir uns ein Rezept. Woho. Dann habt ihr nu 50 Minuten gemacht. Nu checken wir. Oh, hoho. Und checken wir von irgendwo. Schmack brünen der aus. So, ja. Scheint. Nu werden wir essen. Duah. Nu werden wir erschrappen. Und essen. Duah. Das ist wie eine Schiefe. Er kann und wir drehen wir Backelschanen ab. Er legt das sehr. Uten garten frische Backelschanen dann ab. Nu werden wir essen. Na ja. Da wollen wir doch mal essen. Schmacken. Dass ich immer sei. Wer wir dankbar sein. Keine hier, dass der Mexika viele Städte in Texas hat. Weil ich hier reing. Ich bin dankbar. Duah. Ich bin dankbar. Gott schenkt uns immer was uns fehlt. Und nicht immer was wir wählen. Aber immerhin. Ich bin dankbar für Jutala. Für meine Freunde. Der ich lebe. Und wo das Leben natürlich immer schön geht. Und bei Gott hat uns verspreche. Und ich würde immer mit uns sagen. So. Immerhin. Nu werden wir. Struckland. Schmunkfatt. Pizza essen. Ich war mir hier ein klippeschen soll. Über den Backelschanen. Ich lege ein frische Backelschanen über den Pizza. Und das erste war. Wenn ich war ein klippeschen. An die Tähne und an die Tungen. kommt an die Tähne. Ich liebe die Tähne. Ich werde noch ein ordentliches Schluck an der... Wow! Okay, das ist genug. Perfect. Nun wäre wie diesen Schmohnfahrt-Pizzaschmarten. Ach, die war, doch schmeckt rein, doch schmeckt rein. Ich würde sagen, das schmeckt meist gerade scheiner, kleiner, kleiner als mit Bokajan-Sauce. Ich glaube, die merken, oder? Mmmh, 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 mmmh. Jetzt mal was auch noch. Ich muss einmal etwas schauen. Oh, das schmeckt schön. Mmmh. Merkt ihr doch? Oh, das schmeckt sehr schön. Sehr schön schmeckt. Das schmeckt schön. Oh, das schmeckt schön.